Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hellblade. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir steigen weiter hinab in die Dunkelheit und versuchen nicht die Wahrheit zu verfallen und den Stimmen nicht zuzuhören, die uns Böses wollen. Nur denen, die uns Gutes wünschen. Das Gesicht. Das Gesicht. Siegerts Mufund paar, lässt ihn zu hören, die Birds sprechen. Und sie sagen, Siegert should eat the Heart himself. Rein wants Fathner's Gold. Siegert should kill Rein before Rein kills him. Siegert should find Breithel, the Valkyrie, who sleeps in Interesse. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Reyn, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Grimhild, the Valkyrie. To ride to Hinderfell and find Grimhild. To ride to Hinderfell and find Grimhild. You must be able to believe that, or light. That's not clear, I don't understand... Be well, you must be able to believe that. Was ist das? Ich bin der Himmel. Ich bitte einfach eher, die Türen zu machen. Was willst du denn jetzt, wenn du schnissst? Ich glaube, das ist ein Wasser und Leiden. Nein, kommen wir nicht. Ich komme jetzt hier weiter. Ich gehe jetzt nicht um Wald und es kommt von da runter, da kann nichts bleiben. Weiter runter kommen wir nicht. Nein. Nein. Wir probieren uns zum Glück jetzt einfach und müssen rennen. Schwenke ab. Würde ich sagen. Okay. Jetzt bitte ich uns mal mitziehen. Hier ist nichts an. Wir gehen jetzt nicht weiter. Schmerzen. Was bringt mich das jetzt hier zu sein? Wie ich was sehen würde. Ja, guten Tag. Ich sehe da ordentlich weiß. Komm ich runter. Das Licht rein sein müssen. Ah, da geht's weiter. Guck mich. Weiter, 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 weiter. Okay, da geht's nicht weiter. Wo geht's weiter? Das ist so gut. Das ist so gut. Ah, guck mal da. Wo kommt das her? Das war aber eben noch nicht da. Das kannst du mir aber nicht erzählen, dass das eben schon da war. Du musst mich einfach zu blöd zum Klutzen. Das war ja auch unnötig. – Das ist auch schon besser. – Das ist doch wahrscheinlich. – Okay. – Okay? – Das ist eine kleine Frau. – You killed her. – Es ist ein Mensch. Okay, Senua! Wir dürfen so oft sterben. Das sieht gut aus. Okay, let's go! Lauf! 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 Sehr gut. Gutes Mädchen. Keine Angst, alles wird gut. So viele unnötige Tote. Die dürften eigentlich gar nicht angegriffen werden. Faster, faster! Keep going, keep going! What is she doing? Stop! 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 Ich weiß nicht, was heute denn hier oben ist. Wir haben die falsche Leiden, die hier spricht. Guck mal. Guck mal, da ist es nicht mehr an. Guck mal, da ist es nicht mehr an. Das ist nicht mehr an. So, so, so. Tausschür Suff! Pardon, bitte schön! Ach, mich! We wollen ja weitom jeden!" Dillian. Dillian. She can't help but think of him. A tender, guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. She has to keep the torch alight. Sigurd learns that Brynhild had once disobeyed Odin, and so he had her punished, stuck her with a sleek thorn, and put her body within a rampart of burning shields. Only a man who knew no fear would ever reach her. But like me, Sigurd is fearless, and passes through the flames, just as I did, and wakes the sleeping warrior girl. She teaches him the secret wisdom of runes, namely victory runes, ship runes, runes for persuasion, runes for truth, runes for healing and help, runes for perception and power. Like Sigurd, the greatest young warrior of the north, you must learn the secrets of the runes, to fight amongst the gods in hell. Okay. We learn this. No fear. We get everything. We're going to go. We're going to go. We're going to go. Don't get something to plump. Don't get something to plump. Yeah, yeah. Grapple, grapple. Ich steh's. Nur schön die Verglorenen halten. Ich komme. Ich komme zurück. Komm schon, schau. Dillian, ich sehe dich. Nein! Nein! Du hast nicht mich genommen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Nein! Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh mit ihm. Du hast deine Barsche auf mich. Das ist das Dillian. Ich bin froh. Ich habe ihn mit dir. Ich bin froh. Ich habe ihn mit dir. Ich bin froh. Du Scheiße. Okay. Mich hast du nicht treffen. So bist du. Oha, leck mich. Der wird er eigentlich weiter. Komm schon hoch. Komm auch. Komm schon hoch. Ach du. Du bist aber auch eine Pfeife. Nein, 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 nein. Nein. Komm hoch. Komm hoch. Wenn er zuschlägt, darf ich hier hast. Jetzt gibt es mir hier. Stop them! Okay, ich muss nur schmerzen. Okay. Ich muss nur schmerzen. Okay, ich muss nur schmerzen, ich muss nur schmerzen. Jetzt kommt, ich muss auch schmerzen. Ich muss auch schmerzen, ich muss nur schmerzen. Es ist okay. Ich höre dich, meine Freunde, ich höre dich. Komm, komm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. We must fight him now. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ach, ich sehe ihn nicht. Komm hoch, komm hoch. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Bitte, bitte, komm hoch. Ich weiß, du hast keine Kraft mehr. Ich kann das nachvollziehen. Alles ist gut. Komm hoch. Ja, ja. Ich kann das nicht. Ja. Probier塔. Ja. 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 Was ist das? 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 Ich muss ihn, so tief wie wir gehen können. Ich stehe nicht in deinem Weg. Sie muss ihn. Du wirst nicht überleben, was da drin ist. Ich weiß. Sie wollen mich nicht überleben. Sie wollen mich nicht überleben. Okay, wir haben es doch geschafft. Oh mein Gott, ich tritt jetzt kurz. Okay, gut. Aber was ist da draußen? Das ist der nächste Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Kondrock. Bye, bye.